Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory mit dem lieben Mike und meiner einer der jetzt hier immer noch den strom erstmal polyharz anschließt denn polyharz steht momentan schon wurde mir vorwurfsweise mitgeteilt obwohl sich mal fünf minuten her ist als ich gesagt habe ich schließe gerade den strom dafür an ja fünf minuten für fünf strommasten sagte noch nicht mal fünf minuten wo ist jetzt hier da ist die stromlinie gut alles noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig eingerichtet hier aber das hier ist jetzt nicht miene genau das hier ist jetzt strom von öl wird jetzt gehe ich wieder darüber schließe noch die wasserpumpe an ohne zwischendurch noch kabel wie ich gerade sehe weil ich bloß noch drei kabel habe einen kleinen umweg und dann müsste es ein abnehmer für polyharz geben und dann dürften wir hoffentlich keine probleme mehr haben dauerhaft energie aus öl zu gewinnen das wäre doch wunderschön dann können wir uns endlich um gummi und plastik kümmern ja gummi produktion ganz wichtig gummi weil eigentlich noch mal warum keine ahnung ich wollte es einfach nur mal gesagt haben also ich dachte mich eher daran dass plastik ganz wichtig ist ja plastik ist ganz wichtig genau über die computer produktion was hast du falsch gemacht ich habe nicht gesehen dass der also bis ich mal so nicht daran gedacht dass der eine lift noch direkt hinter der einwand so liegt dass ich dann da nur eine unschöne stromlösung machen könnte okay müssen wir das hier anders auf der ecke machen wir hier eine doppelhalterung etwas tiefer war jetzt nicht schön aber es funktioniert funktioniert dann setzen wir hier eine einfache halterung ran die jetzt noch mal tiefer gegangen ist ein kleines bisschen genauigkeit kann ja wohl dabei sein muss ich hier rüber gehen okay dann kommst du nämlich jetzt hier drüben ran und du ziehst jetzt hier einen mast rüber der die pumpe versorgt der die pumpe versorgt und der auch hinten die wasserpumpe versorgt jetzt fließt auch wasser hoffentlich ja sie springt an achso die brauchen noch batterien nein die brauchst du nicht brauchst du nicht die braucht keine batterien die ist nämlich jetzt bei einer produktion ohne batterien von 120 m3 pro minute während wir nur einen verbrauch und 20 haben so sie pumpt auch nach jetzt hier im wasser rein Puffer laufen voll wir haben eine 75er flussrate was jetzt nicht so das maximum ist klar aber wir brauchen noch gar nicht so viel er hier haut uns eine 50er rein ne sogar noch mehr steigt jetzt nach und nach aber das system an sich hat funktioniert er steigt da auch nach und nach okay gehen wir noch rüber zu der hier die ist momentan noch stillstehen weil noch kein wasser da ist ah jetzt fängt sie an ist in dem moment wo ich hier angeguckt habe fängt sie an so ein ganz kleines bisschen zu pumpen ganz zaghaft noch wird immer mehr jetzt fängt sie richtig an jetzt kommt noch wasser hier hinten an und wir produzieren kunst reststoffe kunststoff reste so die könnte ich sogar noch mal übertakten theoretisch sollte ich das auch auf 90 verbrauch von dem polymer hat auf dem verbrauch von 90 pro minute das müsste hinhauen dann bräuchte ich mal bitte drei batterien hier hinten müssten in der batcave nicht auch noch batterien liegen die ist genauso weit weg wie das ölkraftwerk ja ist gut ich laufe ja schon jetzt bin ich schon unterwegs zu fuß blödes schwein ich meine nicht dich maik ich meine das wirkliche schwein hier gerade ja ja so 20 kubik pro minute wenn gebraucht es kommen an ist ja gerade runtergerauscht aber es war gerade noch bei 50 was also wir haben definitiv ausreichend wasser hier hinten dran das steht eindeutig fest guck nochmal vorsicht aber rein ob ich doch keine batterien habe nee leider nicht moin ach du verbrätst das dann direkt im schredder gerade genau ansonsten haben wir ja irgendwann da auch wieder stillstand die anderen batterien wozu ach so jetzt hat er verbraucht ja okay ich habe auf die falsche sparte geguckt jetzt haben wir verbrauch von 90 pro minute und eine produktion von 90 pro minute oder war geht auch gleich hier rein das plastik gedönse sehr schön problem ist jetzt hier natürlich das bringt jetzt hier auf dauer gesehen nicht schön viele punkte für die tickets das ist klar ist jetzt aber erstmal eine lösung ganze not können wir ja aus dem plastik auch noch behälter machen und uns da noch unseren treibstoff abfüllen oder so das war ja der plan und vor allen dingen wenig tickets ist besser als gar keine tickets und dieses polymer hat es in seinem inventar auf löschen klicken ja das auf jeden fall so warum laufe ich dir jetzt eigentlich hinterher weiß ich nicht weil ich mit dem auto wegfahre und du nicht ja also zum einen deswegen aber müsste ich nicht eigentlich rüber zum kohlekraftwerk und die jetzt auch nochmal nach und nach abschalten müsstest du eigentlich tun ja ja und dann noch eisen anschalten ja ok bin ich deinem vorarbeiter komm schon komm schon wir schaffen das so was ich gerade so gesehen habe der explorer hat hinten so ein abschlepphaken dran ja der trecker vorne aber die sind total nutzlos die sind nur deko das ist schade ja cool wäre es ja wenn man da vielleicht bei diesen weg sprengbaren sachen einfach die abschlepphaken anbringt und die felsen wegreißt ein schönes feature ja so jetzt sind wir hier auch gerade am schaltkasten die kann ich euch jetzt auch endlich mal zeigen wir haben ja letztes mal hier so ein bisschen rumgetüftet das hier war nicht die wasserleitung keinesfalls das hier war eigentlich die stand vorher drüben das war eigentlich die leitung die rüberführt zum ölgebäude sozusagen da hatten wir auch den ölkanister angelegt das ist jetzt aber unsere hauptleitung unsere hauptstromleitung sobald die geschichte dahinten inaktiv ist ich frag mich nur gerade warum sind die kohlekraftwerke noch am dampfen am rauchen wenn ich sie alle ausgeschaltet habe das ist gerade ein bisschen crazy wenn jetzt mittlerweile auch du nicht mal mehr Sachen an und ausschalten kannst mit den kippschalter sowie ich dann haben wir ein problem ich gehe jetzt einfach mal alle einzeln ab also er zieht jedes mal energie wieder hier runter das ist schon mal gut von maximale leistung zieht das wieder ab ja ich habe jetzt komplett gar keine kohlekraftwerke mehr aktiv und wir haben eine maximale produktion von 1200 das heißt das öl wird nicht reichen wir brauchen noch mehr über energie was hast du gerade gesagt wir brauchen noch mehr öl energie ich habe gerade sämtliche kohlekraftwerke deaktiviert ja ich muss jetzt erstmal zum laternenmast oder so laufen augenblick wir haben nur 1200 maximale produktion ja was jetzt auf öl läuft mit vier kraftwerken nur richtig die sind aber schon übertaktet alle vier ne ja auf maximum auf maximum das heißt wir bräuchten noch mehr öl kraftwerke ja und das wiederum würde bedeuten wir bräuchten dann auch mehr rohölanschlüsse ne oder willst du aus dem aus der einen pipe noch zwei weitere kraftwerke obwohl es das reicht auch nicht dass das wird nicht reichen wir wir haben bei übertakteten treibstoff kraftwerken 375 energie richtig wird nicht ganz reichen aber wir müssen ja auch nicht hundert prozent erstmal von der kohle runter wir können jetzt zumindest die hälfte der kohlekraftwerke weglassen genau darauf wollte ich hinaus werde ich jetzt die hälfte wieder anschalten und die andere hälfte abreißen mach das zum abreißen brauche ich erstmal inventar platz das heißt ich gehe dann gleich noch rüber zum schredder und fütter den mal ordentlich die hälfte der kraftwerke ist wieder dran wir sind wieder bei 2100 jetzt gehe ich rüber zum schredder dann fällt mir gerade ein muss ich noch gucken welche wasserpumpe ich dann noch wegnehmen kann warte mal jetzt habe ich muss noch mal zurück ich glaube ich habe jetzt die kraftwerke aktiviert die gar keinen wasserzufluss mehr haben ja was sie wieder aus ja ist jetzt so wirklich ausgegangen ja dann mache ich jetzt drüben die wieder aus an so an die hinten die müssen uns erstmal noch unterstützen aber selbst da möchte ich mein dürfte jetzt auch eine pumpe reichen auf maximum um gucken wir aber da noch mal genauer durch uch falsche taste jetzt gehe ich aber zum schredder und dann wird die vordere reihe abgerissen inklusive der pipes und der ganzen pumpen dafür man sieht das hier auch wieder ein bisschen ordentlicher ist am besten hier ran du kriegst die du kriegst die du kriegst die du kriegst die uch Moment ne kommen die Sachen raus die Sachen laufen raus dann nimmst du noch das hier du nimmst du nimmst das hier kriegst du das du kriegst das treibstoff hebe ich mal schön auf ey weg damit und was können wir ja gerade noch verwursten was wir nicht zwangsläufig brauchen die Kanister können weg Draht kann weg Katerium kann weg weil das haben wir alles jetzt in Dauerproduktion dann kriegen wir da wieder ordentlich Punkte ran ich bring noch was rüber ins Mann wieder eine falsche ne hier sind Blüten hier wollen wir hin du 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 das hebe ich immer auf irgendwie das Zeugs hier hatten wir noch die Blüten hier hatten wir noch die Blüten hallo Taste die Taste hat geklemmt sehr schön das klingt so als wenn wir bei der Mafia werden und Falschgeld aber die heißen nun mal Blüten so jetzt zeigt das mir auch richtig an dass die deaktivierten nicht mehr qualmen das ist schon mal sehr schön ok kommen die weg ja hier drückt halten geht leider nicht so ich kann mich gleich nochmal ganz viel Kohle spenden gehen und dann wäre es eventuell eine Überlegung wäre je nachdem wo wir noch Uran haben wenn wir das wirklich sicher hierher transportiert bekommen würden dass wir dann an die Stelle der Kohlekraftwerke die Atomkraftwerke stellen könnten theoretisch ich wollte gerade sagen theoretisch jetzt haben wir hier einen wunder wunderschönen Platz der jetzt so nach und nach wieder leer wird das verstehe ich nicht mein Inventar war so gut wie leer und der hat trotzdem die Stangen nicht aufgenommen was ist mir jetzt hier was machen wir hier mal den hier ok er reißt Fundamente mit weg das war jetzt nicht so gewalt einmal weg ja natürlich zwei Fundamente hier hinten warum auch nicht ne könnte ja nur Sinn ergeben so wie sieht es aus bei dir da hinten Kunststoff Kuchen Decker Kuchen Mhhh Mhhh Ah das ganze gedöhnen sie hier erstmal weg wir vielleicht nochmal was in Schredder hauen können bestimmt wir haben dann damit jetzt aber eine unreine und eine normale Kohlequelle schon mal wieder zur Verfügung für Stahl wäre Rahmen und so weiter muss ich nur noch eine Sache gleich mal checken ob denn die Kohlekraftwerke jetzt auch wirklich am Stromkreiswerk dran sind oder nicht sonst wäre doof sonst wäre doof hätte ich war doch hier irgendwo eine Verbindung ne ja alles noch dran super super na der dicke alte jetzt endlich mal ein bisschen aufgeräumt hier der einzige was er jetzt noch machen möchte ist aus der Hauptstromlinie die er hier in der Mitte steht eine separate Linie zum Kohlekraftwerk zu legen würde ich mich hier zwischenlegen ja dann würde die einfach hier drüben mit rankommen diesen Eckzugang der jetzt erstmal geupgradet werden muss was ich gerade nicht kann weil ich kein Turbodraht dabei habe okay dann machen wir es später und dann machen wir jetzt hier einfach nochmal schön ordentlich schön sauber machen das Zeugs also du bist die darüber führt es ist so verwirrend hier teilweise wie die Pipes gelegt sind einmal kreuzt dann wieder quer dann von links nach rechts und wieder zurück jetzt geh doch mal auf die Pipe drauf Mensch du sollst so bleiben okay heißt wir können die untere hier komplett wegreißen dann müsste ja da noch eine leerstehende sein die wir dann wieder rückwärtig abreißen können wir haben ja zwei Pumpen weggerissen und nur eine neu gebaut für Polymerverarbeitung Bevor ich jetzt hier irgendwo zu vielversichtlich abreiße mache ich das lieber in Einzelschritten besser ist das und wenn ich das jetzt richtig erkenne kann es gut möglich sein vielleicht eine Pumpe zu viel abgerissen war also die Falsche also die Falsche nicht eine zu viel sondern die Falsche war abgerissen ja sieht ganz stark danach aus ach jetzt kann ich hier wieder nicht abreißen wenn ich am schwimmen bin ok erstmal das da weg lass mich mal da oben drauf ok ich habe schon befürchtet ja was ich habe ja hier diese zwei Pumpen abgerissen in der Annahme dass diese zwei Pumpen eine Seite der Kohlekraftwerke versorgt aber nein das Wasser wurde hier so gelegt alles so kreuz und quer dass jetzt zu wenig Wasser da hinten ankommen müsste oh wir hätten das damals alles da angelegt Luke war es Luke war es ganz alleine ich habe es ganz genau gesehen ok die zweiten zwei habe ich angelegt und die sind aber hier alle parell gelaufen ja ist da auch noch weg ach man diese Entfernung abzureißen geht echt blöd bei diesen dünnen Stapel Moppets es kann sein dass ich mir eine Aussage davon gerade eben gleich nochmal revidiere aber ich mache jetzt erstmal hier weiter und dann sehe ich ja was jetzt hier noch wo lang läuft und wo nicht könnte man sogar noch ein zwei Stromanschlüsse hier hinten wieder weg machen dann hier jetzt einfach keinen Sinn mehr ergeben würden schön weg das Zeugs ja ist doch richtig gesehen das ist mir jetzt die hier oben und da geht gar kein Anschluss rüber ach ehrlich ah ok kriegen wir aber noch hin oder wir gucken gleich mal vielleicht reicht das sogar schon so wie es ist wäre erstaunlich aber wer weiß nicht die Rampe weg ist hier noch weg ist hier noch weg der Anschluss kann erstmal da so liegen bleiben jetzt gucken wir mal wie viel Wasser denn jetzt hier überall durch geht der ist hier durchgängig bei 300 hier auch noch hier ist er bei 34 40 ja na gut hier nimmt er sich immer nur so viel wie er braucht auch hier fehlt der Strom immerhin und dann dürfte jetzt hier hinten aber auch wieder mehr durchjagen geht noch nicht sofort aber nach und nach 50 ok es reicht tatsächlich eine Pipes eine Pipe um 1 2 3 4 5 6 zu versorgen ja klar das sind 300 die fressen ja ne quatsch die fressen doch 91 eigentlich genau nicht 50 ne dann muss ich doch die zweite anschließen ansonsten wird das hier Probleme geben auf Dauer gesehen äh dann kommen wir die von hier da oben ran dann läuft die jetzt hier auch rein genau und hier auch Wasser durch dann muss die Frage ob das ausreichend schnell hier rein kommt na komm legen wir hier noch eine Pumpe rein dann müsste das funktionieren welche Richtung diese Richtung auch natürlich noch Strom die Pumpe nächste von hier ha ha da pumpt er doch jetzt ordentlich ist zwar eigentlich viel zu viel aber ganz ohne kann man noch Batterien rausnehmen aus dem Wasserpumpen und die Schnecken spawnen wirklich nach du kannst sie einsammeln das ist doch garantiert ein Fehler das ist noch die andere Frage ob ich sie einsammeln kann oder nicht vielleicht ist das nur ein Darstellungsfehler ja weil ich sehe auch die ganze Zeit überall Nüsse hängen obwohl keine da sind ok die sind bei mir alle weg so dann schalte ich ist das Eisengebäude wieder an das ist nämlich hier zack eisen ist dran schlagartig geht der Strom nach oben von 700 hoch auf 12 sieht aber stabil aus damit läuft die alte Produktion wieder mit nur noch der Hälfte der Kohlekraftwerken vier neuen Ölkraftwerken und da kommt noch mehr und stabil und stabil das ist das Wichtige Einzel was wir jetzt gerne mal noch probieren möchten da hatte mir nämlich wo habe ich es mir aufgeschrieben da Rubik's Cube hat er zu bedenken gegeben wegen dem Wasserreservoir wie das sein kann was wir euch gezeigt hatten mit dem Treibstoff noch wie das eigentlich sein kann dass das da immer so hin und her dann schwankt da können wir jetzt gerne mal hier hinten was ausprobieren wenn ich jetzt gerade die Materialien dafür habe das wäre jetzt noch sehr praktisch ansonsten machen wir das in der nächsten Folge das verspreche ich ach ja mit schneller Datum wollten wir auch noch bauen ok ich brauche modulare Rahmen das können wir neu und zwar war nämlich die Überlegung an sich ob man verhindern kann dass aus dem Reservoir wo man nur ein Rohr anschließt was eigentlich nur ein Eingang sein soll ob man verhindern kann dass dieses Rohr auch gleichzeitig wieder als Ausgang benutzt wird dass es dann wieder zurückfließt in den eigentlichen Abnehmer äh Produzenten nicht Abnehmer und das möchte ich jetzt mal probieren mit euch indem wir einmal gucken ob wir direkt an diesen Anschlüssen und wie eine Flussrichtung bestimmen können und wenn nicht ob wir das System austricksen können indem wir da eine Zusatzpumpe anschließen die ja die Richtung bestimmen kann so modulare Rahmen hatte ich ganz oben ok so gucken wie voll die schon sind hier noch nicht hier auch noch nicht ok das sollte mehr als locker ausreichen gehen wir wieder runter und dann wird es aber auch wirklich langsamer Zeit dass wir die Karte noch richtig erkunden noch weitere Ressourcen erschließen und vor allem auch Uran finden wenn wir es dann endlich mal verwenden können jetzt machen wir hier mal so ein kleines Experiment ok wenn ich jetzt hier nämlich ein Reservoir rein setze nehmen wir mal so eins hier mach es mal so rum schließen wir jetzt hier mal Wasser an das fließt jetzt auch schon von selbst hier rein das ist definitiv kein Thema wir haben jetzt hier eine Füllrate und eine Abflussrate die hier steht momentan ist noch kein Abfluss drin was aber daran liegen könnte dass wir halt sehr viel Wasser da reingepumpt bekommen ja schöner Vorführeffekt jetzt gucken wir einfach mal was passiert wenn hier irgendwann ein gewisser Pegel überstiegen ist ah ihr seht es schwankt zurück im Moment aber der Vorführeffekt ist jetzt natürlich ganz blöd passt mal auf wir machen das mal anders hier wir legen jetzt mal hier das könnte eher was werden ich da auch wieder rauf Moment ich brauche noch ein zweites Fundament sonst wird das nix so auch mal neu so so denn jetzt seht ihr haben wir ja auch eine Neigung drin er pumpt trotzdem erstmal was rein ich kann hier vorne keine Flussrichtung bestimmen weil wir sehen hier an den Pfeilen Eingang und Ausgang ich kann leider nicht bestimmen ob es hier nur einen Zufluss oder einen Abfluss geben soll das müsste jetzt erstmal eine ganze Weile laufen bis hier irgendwann zu viel drin ist ach habt ihr das gesehen hier ist eine Abflussrate drin es fließt wieder zurück weil es hier einen Neigungswinkel in der Pipe gibt und das ist natürlich ganz fatal dadurch hast du hier irgendwann einen Wasserstau drin und das kann dann wiederum zu diesen Schwankungen in der Stromproduktion führen was wir schon mal hatten vor allem dann wenn der Verbrauch an Strom also wenn der Strom Gebrauch so rum wenn der auch nochmal höher wird und jetzt möchte ich mal gucken ob wir das Ding austricksen können indem wir hier direkt vor dem Eingang noch eine Pumpe legen die sagt dass es nur rein fließen darf und nicht raus fließen darf so Strom ist dran an der Pumpe sie hat einen Auftrieb von 2,5 2,3 ja sie hat nämlich jetzt deutlich mehr Auftrieb als sie überhaupt benötigt sozusagen als überhaupt machbar wäre jetzt gucken wir hier nochmal rein und das interessiert das Reservoir aber nicht das ist dem Reservoir komplett egal das Einzige was ich mir jetzt noch vorstellen kann ist dass es wirklich nur bis zur Pumpe zurück fließt und die Pumpe das aber wieder zurück schießt Einzige was ich mir jetzt noch vorstellen kann ne doch nicht ne also sobald man hier Reservoirs anschließt ihr habt es gesehen und die nicht tiefer stehen als die Verbraucher selbst hat man immer wieder einen Rückfluss und das ist natürlich ganz fatal ansonsten hätte man würde ich sagen können hier bitte nur einen Eingang und hier bitte nur einen Ausgang und den Ausgang aber nur dann wenn er auch benötigt wird gut machen wir die Geschichte wieder weg haben wir das Rätsel auch gelöst und wir haben eine Folge vollgekriegt ich hoffe euch hat es gefallen wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht schaltet doch gerne morgen wieder rein Ciao Bis morgen